. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter vor 8. Bisher ein viel zu trockener August und heute unglaubliche Platzregen, vor allen Dingen im Osten und in der Mitte der Republik. Und genau das wollen wir uns anschauen. Zunächst mal der Blick hier auf dem Satellitenfilm in den Westen. Hier gab es nämlich hochnebelartige Bewölkung, die hat alles gedämpft. Im großen Rest haben Sie gesehen, anfangs der Sonnenschein. Und dann sind diese Gewitterwolken wirklich in die Höhe gewachsen. Die Atmosphäre war feucht, es war schwül. Die Atmosphäre war also willig, diese Gewitter zu produzieren. Und die waren dann zum Teil sehr, sehr kräftig. Zum einen gab es Windböen zum zweiten Platzregen. Gucken Sie mal auf den Flughafen Berlin-Brandenburg. 82 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter im Wetter. Nach den Tagesthemen will ich das noch ein bisschen einordnen. Hier einfach mal die Chronistenpflicht, dass es wirklich sehr viel gewesen ist in kurzer Zeit. Über 50 Liter in einer Stunde. Martin Roda, dort waren es 66 Liter auf den Quadratmeter. Und dann gab es auch viel Wind in Höxter, zum Beispiel 107 Kilometer pro Stunde. Der aktuelle Zustand zeigt, und das zeigt hier unser Radarbild, das aktuelle, dass das hier punktuell noch in weiten Teilen Deutschlands, außer ganz im Westen, aktiv ist. Mitte diesen Gewittern, mit diesen Starkregenfällen. Das gilt auch für die nächsten Stunden in die Nacht hinein. Da kann es immer wieder noch mal kräftigen Platzregen geben. Die Nachtkarte zeigt uns das dann hier noch mal örtlich, also sehr heftig. Weiter nach Westen ist es dann schon ruhig. Die Temperaturen in den Frühstunden bewegen sich meist zwischen 15 und 20 Grad. Letzteres zum Beispiel in Berlin. Der morgige Tag startet dann so, dass hier in so einer Zone vom Hotzenwald rauf bis Rügen immer wieder Regen fällt. Im Osten Sachsen, im Südosten Bayerns Anfang noch Sonnenschein. Aber dann ist die Energie wieder da, und das produziert in diesen Regionen dann wieder kräftige Schauer und Gewitter. Während hier nach Nordwesten, westliches Nordrhein-Westfalen, rüber bis Ostfriesland, recht freundliches Wetter herrscht im Sinne, dass dort eben keine Gewitter stattfinden. Die Natur bräuchte auch da natürlich weiter Wasser. 20 bis 25 im Rhein-Main-Gebiet, 26 im Saarland sogar 27 Grad. Dazu ein Wind vornehmlich aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen. Kurz der Ausblick für die Folgetage zum Schluss. Da sehen Sie einzelne Gewitter ganz im Süden am Sonntag, sonst recht freundliches Wetter. 22 bis im Südwesten 29 Grad. Schönen Abend bis dahin und tschüss.